So, hallo Leute und herzlich willkommen zum neuen Clash of Clans Clan Update Video von ClanMrXLP, was ich jetzt beinahe vergessen hättest zu sagen. Sehr gut, ähm, ich hab gestern das Video angekündigt, falls ihr's nicht gesehen habt, hier hab ich's angekündigt um 16 Uhr und wie ihr seht, es ist 16.04 Uhr und ja, es ist einfach mal niemand angekommen. Ähm... Schreib ich jetzt nochmal kurz rein, vielleicht schreibt noch jemand was. Und zwar, der Anlass für das Clan Update Video ist, wir sind jetzt viel mehr Leute, wir sind jetzt 25 wieder und neu beigetreten sind Anknow, unter anderem Dominik, King und Redemi. Und das Thema ist das Rausgehen in einem CK aus dem Clan. Das wollte ich nochmal ganz dringend ansprechen, denn das ist wirklich schlimm. Es sind bei uns im letzten CK fünf Leute rausgegangen und deswegen möchte ich euch nochmal bitte sagen, wie scheiße das für den Clan ist. Und, ähm, ja, wenn ihr euch entschieden habt, in meinen Clan zu gehen, dann seht, dass es doch nicht so... Wenn es euch nicht gefällt, sag ich mir jetzt einfach mal, äh, dann, ähm... Sagt bitte, was verbesserungswürdig ist. Das werden die meisten sowieso nicht machen, ist aber auch nicht so schlimm, würde ich eigentlich auch nicht machen. Hauptsache, ihr geht nicht während eines CKs, ohne dass ihr angegriffen habt. Ja, das wäre jetzt erstmal das Einzige, was ich jetzt so zu sagen habe. Wenn ihr joinen wollt, der Clan ist ab Level 40. Bald wird er wahrscheinlich ab Level 50 sein, weil die die meisten jetzt schon fast Level 50 alle sind. Außer der Traktor, aber der wird auch noch ein bisschen sich verbessern. Ähm, und ja, also auf jeden Fall, ähm, solltet ihr Level 40 sein. Wie gesagt, Rathaus-Level ist egal, Hauptsache keine RH-Rusher. Der einzige RH-Rusher, der jetzt im Clan ist, ist der Johannes. Und zwar habe ich den nur reingelassen, weil ich ihn aus dem Real-Life kenne. Und er ist jetzt Rathaus-9 und das, naja. Ich kenne ihn halt, deswegen habe ich ihn mal reingelassen. Und, ja, also das ist der einzige RH-Rusher. Sein Glück ist, dass er über Level 40 ist, Entschuldigung. Und, ja, deswegen ist er drinne. Und alle werden zum, äh, zum Ältesten erklärt. Das mache ich immer so, damit man einladen kann. Und, ja, das wäre es erstmal für das Clan-Update-Video. Ich hoffe, ihr joinet. Wenn es euch nicht gefällt, bitte nicht im CK gehen. Wie gesagt, der nächste CK wird am Freitag um 16 Uhr wahrscheinlich gestartet. Ich weiß es nicht genau, vielleicht auch um 14 Uhr. Ähm, auf jeden Fall werde ich es einen Tag davor nochmal schreiben. Und, ja, wenn ihr mitmachen wollt, schreibt es mir. Halt im Clan. Oder, keine Ahnung, wenn ihr nicht beitreten könnt, mache ich auch mal die Trophäen drunter. Thanks for watching. Wir sehen uns im Clan. Und viel Spaß auf meinem Kanal. Ciao.